Hey Leute, Daniel hier. Heute gibt es von mir ein Protein-Smoothie-Rezept. Es ist ziemlich einfach und simpel, deswegen lasse ich euch jetzt einfach mit dem Video alleine und viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 So, ich hoffe euch hat das Rezept gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, teilt das Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.